Vorletztes Heimspiel für die Augsburger Panthers, der 14. im Kurt-Frenzel-Stadion gegen die Adler Mannheim. Und bei den Kurpfälzern, da hängt der Haussegen so ein bisschen schief, vier Niederlagen zuletzt in Folge. Das Heimrecht im Playoff-Viertelfinale hängt am seidenen Pfaden, die Mannschaft aber mit Moral, zuletzt in Wolfsburg. Und so trat sie auch auf, der Pass von Lechtivore, Wohlgemuth, Eisenschmied, 34 Sekunden vorbei. Der Gast mit dem Turbostart, Markus Eisenschmied, untermauert seine herausragende Form. Der zehnte Treffer von ihm im Kalenderjahr 2023, der 13. in dieser Saison lässt Markus Keller keine Chance. Danach aber erstmal Augsburg am Drücker, zeigt sich wenig beeindruckt, wenig geschockt und immer wieder geradlinig im Spiel nach vorne. Hier über Samponeri, 2 auf 1, Steeler findet den Weg für Barinka. Der Ausgleich, 1 zu 1, sechste Spielminute. Die Adler Mannheim konnte anfällig in dieser Begegnung und Pilou kommt den Schritt zu spät. Machtlos am Ende gegen den Direktschuss von Marcel Barinka, der mit seinem 9. Saisontreffer. Dieser Treffer, aber schon ein bisschen Hallo-Wach-Effekt für die Adler Mannheim, die ab sofort mehr Spielanteile hatten. Mehr Scheiben auf Markus Keller brachten. Und dann auch mit dem Führungstor durch Lechtivore. Das 1 zu 2, Mannheim erneut in Führung. Lechtivore schon am ersten Tor beteiligt, entscheidend. Dennis Reul wirft die Scheibe in Richtung Markus Keller. Und Lechtivore den berühmt-berüchtigten Schritt schneller als sein Gegenspieler zum 1 zu 2. Somit ging es auch zum ersten Mal in die Pause. Beginn, zweites Drittel, wieder Mannheim mit dem besseren Start, mit Ryan McInnes. Und der macht es plötzlich ganz schnell vorbei an Broadhurst, vorbei an allen und vorbei an Keller. Das 1 zu 3, zwei Tore Führung für die Adler Mannheim. Ryan McInnes im ersten Spiel in Augsburg hat er sich schwer verletzt, weil er nach 40 Tage raus heute mit seinem 8. Saisontreffer. Aber wer glaubt ihr, dieser Treffer würde den Adlern Sicherheit geben? Weit gefehlt. Augsburg feitete zurück mit Terry Broadhurst. Anschlusstor. So ein bisschen aus dem heiteren Himmel, aber wir sehen das hier gleich. Keditsch legt ihn dem aufs Tape. Broadhurst, gedankenschnell aus der Drehung. Der Tunnel, das Five-Hole gegen Arno Tiefensee. Das 2 zu 3. Dann 4 gegen 4. Die Adler mit Plachter plötzlich ausgestochen. Da kommt Worsowski. Riesentempo. Allein gegen Tiefensee. Der Ausgleich. Was ein Tor von David Worsowski. Sein Siebter die letzten Wochen. Überragend. Der Augsburger Verteidiger. Vorhand, Rückhand, Vorhand, Rückhand. Durch die Beine. Das 3 zu 3. Und mit diesem Revie ging es dann auch in die zweite Pause. Die Adler wieder mal in Führung liegend. Eine Führung verschenkt. Und es kam noch schlimmer. Denn Augsburg. Mit dem 4 zu 3. Mirko Sacher von der blauen Linie. Leblanc gewinnt das Bully. Und packt dann perfekt ein. Fälscht ab. Gegen die Laufrichtung von Arno Tiefensee. Drew Leblanc. Saisontour Nr. 13. Und dann ging Sinaen in die Crunch-Time. Und Mannheim kam zurück. Zeigte wieder mal Moral. Stefan Leubel. Keditsch. Tolle Vorarbeit. Der Schuss noch besser. Über die Fanghahn von Markus Keller. Das 4 zu 4. Und so blieb es auch nach 60 Minuten. Beide Teams gingen in die Overtime. Drei Minuten vorbei. Schnelle Overtime. Viel Bewegung. Dann Gregorz vorbei. An komplett Mannheim. Der Pass. Das Auge für Wenström. Tiefensee geschlagen. Augsburg mit dem 5 zu 4. Weil Mannheim das nicht gut verteidigt. Und Wenström eiskalt abschließt zum Siegtor für Augsburg. Die Stimmen zu dieser Partie. Wir müssen endlich mal lernen, weiter zu spielen. Wir hören jedes Mal, wenn wir in Führung gehen oder ein Tor machen, hören wir auf zu spielen. Der Gegner kommt zurück. Wir schießen wieder ein Tor. Dann wieder auf zu spielen. Wir müssen uns mal aufwachen. Es kann nicht sein, dass wir immer so einen Scheiß dann zusammenspielen. Ja, we don't give up. We never give up. And we know if we play our best hockey, we can beat all teams and we can get back in game. So that's what we're trying to do and that's what we did. Augsburg besiegt den Mannheim-Fluch nach sechs Niederlagen gegen die Adler. Der zweite Erfolg nacheinander. Und für die wird's langsam eng. Fünfte Niederlage in Serie für die Kurpfälzer. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.